Der vierte Stopp auf unserer diesjährigen Springbank-Rundreise führt uns zum 15-Jährigen. 46 Volumenprozente, Wetting aus Ex-Bourbon und Sherry-Fässern. Den Rest müssen wir selbst rausfinden. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky-Turn-Table. Leider Gottes müssen wir beim Thema Springbank immer wieder über die Verfügbarkeit sprechen. Und ich hatte irgendwann, ich glaube im Sommer, das Glück, den 15er zu sehen. Und da gab es auch keine großartigen Diskussionen über den Preis, sondern ich musste ihn so nehmen, wie er da stand. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe jetzt letzte Woche, als ich den 10er und den Campbelltown-Loch probiert hatte, schon mal recherchiert bezüglich Preise und dergleichen. Der 15er ist jetzt im November nicht gut erhält. Ich muss man so hart sagen. Sechs Angebote habe ich nur gefunden. Zwei davon waren auf Plattformen. Also kleinere Läden. Irgendwie ja nicht bekannt, wer da wirklich verkauft. Und wir haben... Ob ich es notiert? Ab 190 Euro. Habe ich dafür nicht bezahlt. Da bin ich ziemlich sicher. Es war auch teuer, aber nicht so viel. Also im Prinzip ist er nicht verfügbar. Es sei denn, man will sein Geld irgendwie anstelle vom Verbrennen irgendwie anders zum Fenster rauswerfen. Sage ich es mal so hart. 9.5.23. Also ein sehr frisches Badge, um es mal so zu sagen. Passt auch, wie gesagt, im Sommer war er dann auf einmal da und schwupps war er wohl schon wieder weg. Bei den 18er und 21er und was dann danach kommt, ob Longgrove, Springbank oder Hazelburn, da wird immer wirklich genau aus Wetting eingegangen und man kriegt viele Infos. Hier leider Gottes nicht. Steht nur auf der Internetseite eben Ex-Bürbon und Sherry und das war's. Die Farbe, blende ich euch ein, deutet so ein klein wenig mehr Richtung Sherry hin. Also auf jeden Fall frischen Sherry. Den 10er hatte ich ja letzte Woche, wie gesagt. Ich werde es hier irgendwo in einer Reihenfolge einblenden, veröffentlichen die Videos. Da sage ich ja schon, er hat auch, finde ich, eine schöne europäische Eichenholz-Charakteristik. Aber auf der einen Seite mehr Refill bezüglich, wenn das wirklich stimmt, ist es irgendwie auch logisch, dass der heller ist. Und das seht ihr hier ja auch im Foto, wobei die Handfield-Flasche natürlich schon ganz schön hell ist und eher umgekehrt ganz schön dunkel. Gut, ich hatte ihn schon wenigstens einmal in einem Video. Damals hat er mich echt gut abgeholt. Ich habe ihn ja wirklich gefeiert, aber ich nehme die komplette Schuld nicht auf mich, dass er jetzt so weggehypt ist. Ich weiß nur, dass ich damals sagte, so sinngemäß, mein Gott, wenn man guten Whisky trinken will, braucht man nicht mehr als, ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt hatte, letzte Woche hatte ich mir das einmal kurz rausgesucht. Ich sage jetzt einfach mal 70 Euro ausgeben und man kriegt einen schönen, schönen, schönen Whisky. Mal gucken, was man 2023 für, auf jeden Fall über 100 Euro habe ich bezahlt. Ich denke auch noch mal ein wenig mehr, was man da bekommt. Und wie gesagt, der Preis steht hier nicht in Bezug oder ist für mich kein Maßstab für Qualität. Das soll jetzt nicht gegen Springbank sprechen, aber es ist eben die Verfügbarkeit, die hier den Preis diktiert. Ja, und dann weiß man, was man über die Jahre vermisst hatte. Ich meine, ich habe jetzt nicht aktiv nach dem Springbank 15 gesucht, aber ja, eine dreckige Kirsche. Heute habe ich als erstes eine dreckige rote Frucht, um es vielleicht etwas zu verallgemeinern. Ein Schwall Erde, ein Schwall mineralisch feuchte Erde, um es so zu nennen, eben. Diesen klassischen Springbank Rauch, so etwas mehr als greifbar, steht da, entwickelt sich aber ebenso anders als viele andere gepietete, gepietete gibt es das Wort, getorfte Whiskys. Ich habe jetzt keine Trockenfrüchte, ich habe keine Rosinen, es ist eher rotfruchtig, fruchtig, frisch, voll, reif. Minimal säuerlich. Ja, der ist noch keine 18, der haut dafür aber mehr auf die, naja, auf die Kacke mit der frischen Sherryfrucht, als ich es bei manchem 18er erlebt habe. Die ersten Anklänge von einer Ledernote merke ich so noch nicht, ich habe so einen leichten Hang zur Politur, aber im positiven Sinne. Dieser Rauch nullt mich ein. Wie gesagt, erdig, mineralisch, nass, feucht. Auf der anderen Seite, wie gesagt, dreckige Kirsche, die da eben einmal reingefallen ist. Dreckige rote Früchte. Hat er so einen leichten Hang, dass ich eben gerne sagen würde, da ist ein bisschen Leder mit drin, da geht es etwas in die Richtung, aber nee, dann kommt gleich. Etwas können wir eher von mir aus ein bisschen von dunkler Schokolade oder so sprechen. Naja, wir nehmen ihn mal. Dann, sagen wir einmal. auch sehr starke Holznoten kommen jetzt raus. Ich hatte ja vor, ich tippe mal drei, vier Stunden die Hand füllt, aber nein, hat hiermit nichts zu tun. Schön kräftig kommt da rüber. Meine Zunge hat sich regeneriert. Kommen mir jetzt gerade vor, als trinke ich heute meinen ersten Malt. Vielleicht hätte ich echt noch mal einen Vorab-Whisky wieder trinken sollen. Vielleicht einen zweiten Schluck abwarten. Leicht trockener werden zum Ende. Schokotöne kommen raus, auch die wieder eingehüllt in den leichten Rauch. Machen auch eben diese Schokonote leicht dreckig. Also Springbank an das Statement komplett. Wie gesagt, geht in dieser Richtung so ganz leicht eben, falls jemand von euch noch kein Springbank hatte. Erinnert leicht an Port Charlotte, wenn die so in ihre muffige Ecke gehen, an einen Ledgic, wenn er auch diesen Schwung Richtung Muff hat. Das haben die nicht immer. immer noch viel Holz, viel europäisches Holz. 15 Jahre, die machen ja kein Finish oder sowas. Amerikanische Eicheneinflüsse suche ich hier so leicht vergebens. Ich denke, dass welche drin sind, um das Ganze zu mildern. Und sie wird vielschichtig, diese Eiche. Das finde ich schön. Es ist nicht einfach so ein Krawallbruder aus einem Einzelfass, das irgendwie noch sehr starke europäische Eichentannine hat, wie wir es oft kennen. Sondern es wird vielschichtig. Es fängt etwas monoton an, gebe ich zu. Wird dann aber schön aufgeteilt. Im Abgang, finde ich, hat man eben Süßholzeindrücke, Schokoladeneindrücke, Kaffee-Eindrücke. Da kann man, wer auf Holz steht und am Anfang so ein Kick frische rote Sherry-Fruchtmark inklusive Springbank-Charakter. Einfache Rezeptur. Süffiger Whisky, wenn man sich nach einem zweiten Schluck an die Eiche gewöhnt hat. Ich nehme mir mal kurz den 10er. Ich weiß, der fällt ganz anders aus. Ich will ihn eigentlich auch gar nicht probieren. Nur mal kurz riechen. Wow. Vorhin mit der Handfield-Flasche war er der reife, vollere Bruder mit einer starken Portion Eiche drin. Jetzt ist er fast handzahm. Es kommt auf einmal eine Vanille, natürlich wieder Springbank-typisch etwas dreckig rüber. Die nehme ich auf einmal wahr. Habe ich vorhin gar nicht wahrgenommen. Und ich irgendwie so eine Art auch sinnigen Apfelsaft-Eindruck, den ich jetzt so beim 10er, kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich den schon mal hatte. Ja, geht hier ganz klar viel mehr auf die oder spielt da die Sherry-Karte aus. Und das auf eine ganz, ganz schöne Art. Wenn man starken Einfluss-Sherry mag, muss ich ganz klar sagen. Wenn man eher so eine Aromen-Aufteilung wie beim 10er sich wünscht, ist das glaube ich dann nicht das Richtige. Ja, ich habe auch hier eine Assoziation von leichter Vanille. Diese Kirsche, das ist geht dann weiter zu so Beeren über. Da kommt nämlich so ein leichter säuerlicher Teil. Aber der geht so leicht mit so einer Vanillenote runter. Bevor dann der Holzpart kommt, dann wieder sehr schön wird. Auch immer mal, nur weil ich es jetzt, nur weil ich es nicht gesagt habe, es sind auch nussige Komponenten drin, Nussschalen-Komponenten. Wie gesagt, dann habe ich auf einmal Süßholz, ein wenig Politureinflüsse, dann wieder etwas Kakao und immer schön erdig. Mineralisch, leicht schmuddelig. Ja. Sherry geprägt da 15-Jähriger, der wie gesagt damals für irgendwie 60, 70 Euro sein Geld jedes Mal wert war. Jetzt zu den Preisen wäre er es nicht, wenn ich sowas jetzt einfach bei Legic kaufen könnte, wenn ich sowas einfach bei Port Charlotte kaufen könnte. Aber kann ich nicht. Die haben keinen 15-Jährigen. Die haben auch keinen... Die haben dann das auch immer gleich alles in Sonderauflage. Natürlich nicht zu solchen Preisen, aber dann kriege ich einen 9-Jährigen bei Port Charlotte und bei... bei Legic... Kriege ich aktuell, finde ich, eh nicht viel, ne? Die Signatory Legic sind, finde ich, anders ausgebaut. Die sind auch lecker. Aber in der Art ist ja wahrscheinlich, weil sie kein Wedding machen, sondern oft, weil man dann eben so ein Einzelfass hat. Und dann fehlt wieder irgendwie was, um an so eine Charakteristik dran zu kommen. Ja, ich finde, wenn man wie gesagt eher auf den 10er steht, da muss man fast beim 18er weitermachen, weil da das Wedding etwas aufgelockerter ist und ich denke auch viel mehr Refill drin ist. Hier ist viel Firstfill drin. Hat mir nicht nur die Farbe verraten, aber so interpretiere ich das. 18er hatte ich meine ich zuletzt auch vor einem Jahr circa. Die haben zwar so ein bisschen mehr Alterspower drauf, sagen wir es mal so, aber nicht so stürmisch von der Intensität dieser Tannine auf der einen Seite und der frischen Sherryfrucht oder frischeren, ne? Ist ja jetzt kein junger Mod. Gut, war auf jeden Fall spannend, den mal wieder probieren zu dürfen. Ich fände es schön, wenn man hier einfach auch Angaben machen könnte, wie beim 18er, 21er und Co., dass man so ein bisschen mehr über das Wedding erfährt. Und gut. Der Longrow 21 wartet noch auf mich. Dauert bei mir aber, glaube ich, noch eine knappe Woche, bis ich den probieren werde. Das reicht mir jetzt für heute. Und ja, der Longrow, vielleicht schenke ich mir ihn dazu nochmal ein. Mal gucken, weil den Rauch, um nochmal diesen Rauchunterschied zu merken. Er ist hier ganz klar vorhanden, prägt sich aber, finde ich, total anders aus als ein klassischer Rauch. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.